Ich rauche regelmässig Cannabis und bin über 18. Beides sind Voraussetzungen, um am neuen Pilotversuch vom regulierten Verkaufsbil mitzumachen. Ich will mich als Konsument anmelden, um genau zu wissen, was ich rauche, woher die Droge kommt, wie sie angebaut wird, wie stark sie ist, wie hoch der THC-Ghalt ist und um die Auswirkungen vom Konsum zu kontrollieren. Das ist meine Motivation und ich melde mich jetzt im Internet an. Hier sehen wir jetzt die Seite, wo man sich für die Studie anmelden kann. Ein Klick und los geht's. Zuerst muss man das Alter angeben, wo ich wohne, das wäre jetzt zu viel, ob ich Cannabis konsumieren kann. Jetzt muss ich noch ein paar persönliche Angaben machen, die wir hier nicht zeigen. Und die Anmeldung ist schon durch. Aber noch kurz etwas zum Pilotversuch, das Biel. Die Teilnehmer kaufen ihre Produkte in der Apotheke, sie können auswählen, ob sie Cannabisblüten, Haschisch, Öl oder einen THC-Spray-Wenz. Die Studie geht mindestens zwei Jahre und man muss alle sechs Monate einen Fragebogen ausfüllen für die Studie. Jetzt gehe ich auf Bern, um noch mehr über die Details zu erfahren. Ich bin jetzt hier in der Universität Bern, wo ich den Reto Auer treffe. Er ist Verantwortlicher dieser Studie, er ist selber Arzt und ist in der Forschung tätig. Und mit ihm möchte ich anschauen, was es bei dieser Studie für Regeln gibt und was genau die Konsumenten und Konsumentinnen müssen machen. Bonjour. Ich habe mich jetzt für die Studie vom regulierten Verkauf von Cannabis in Biel angemeldet. Wie gross ist die Chance, dass ich da wirklich mitmachen kann? Personen, die in Biel oder Bern wohnen, werden bevorzugt. Und nachher, falls wir zu wenig haben von diesen Städten, dann werden wir Personen nehmen, die immer älter sind und auch mehr Frauen und non-binäre Personen. Und nachher, mit ihrem Alter und dass sie in Biel wohnen, hoffen wir, dass wir alle einbringen können. Und vielleicht müssen wir dann halt Antworten geben, dass sie ein nächstes Studium warten müssen. Beim Ausfüllen vom Formular hat mich erstaunt, dass es viele oberflächliche Fragen hat. Meistens ist rein formell. Wieso ist die Anmeldung so simpel? Es ist ein erstes Screening. Das heisst, nur zum Schauen, füllen die ja schon die Einschluss- und Ausschlusskriterien? Und erst danach, wenn ihr dann eingeladen werdet für eine erste Visite, wo man dann auch die Einverständniserklärung ausfüllen könnte, dass wir dann zu diesen Fragen stellen werden. Sie, die in der Forschung sind, was erwarten Sie von den Teilnehmenden? Was man sagen darf, ist, dass es eher eine strikte Studie ist. Es ist eine randomisierte, kontrollierte Studie. Das heisst, dass Personen dann unbedingt nach sechs Monaten wiederkommen. Und sie verpflichten sich eben, Fragen beunruhend auszufüllen, Antworten zu fragen und so. Und es ist schon rigorös. Und das Letzte, und das ist vom Gesetz eigentlich befallen, dass man auch im Urin dann bestimmt, ob Personen tatsächlich vor frühem Cannabis geraucht haben. Die Einnehmer müssen Fragenbogen ausfüllen. Was erwartet ihr davon, für Informationen zu bekommen und was wären das für Fragen? Die zentrale Fragestellung, die vielleicht auch beschränkt ist, aber die ergänzt ist, tut ganz viele andere Fragenbogen. Das Wichtigste ist, Konsum eigentlich Menge und Methoden. Wie tut man Cannabis konsumieren? Tut man es rauchen oder nicht? Oder Tabak tut man rauchen? Oder andere Methoden brauchen, zum Nikotin anwenden. Und dann haben wir noch andere Fragenbogen, wie Depression, wie man schläft, auch Konsumkompetenz, Interaktionen mit der Polizei und andere Elemente, die wir dann noch zusätzlich befragen. Ich habe mich jetzt genau über den Cannabis-Pilot-Versuch informieren und was von den Teilnehmern erwartet wird. Jetzt muss ich noch ein paar Wochen abwarten. Ende Jahr sollte ich dann wissen, ob ich für einen Versuch ausgewählt worden bin oder nicht. Falls ja, dann geht das Projekt im März nächstes Jahr weiter.